Hey Leute und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ähm, ja, vielleicht mal so ein bisschen merkt, ja, seit 4 Tagen los geht es nicht so richtig. Ähm, das ist das Problem daran. Ich, äh, auf Instagram bis jetzt, dass ich ein neues Handy bekomme. Morgen, also Mittwoch und halt ein iPhone für das, kann ich angeben. Ähm, ja, das Handy bekomme ich halt und mein Handy spinnt halt ein bisschen seit heute. Und ich kann auch seit Sonntag nicht richtig Videos aufnehmen. Ich hab gest... ich hab am Sonntag ein Video aufgenommen. Es hat voll gerungen. Und ich hoffe, dass mit dem, in dem Video, besser ist. Deshalb fehlt ja auch nicht so Spaß. Da hab ich ein paar Bilder eingeblendet. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, das ist erstmal... bis Sonntag erstmal keine Videos gibt. Ich muss halt gucken auch, äh, weniger Zeit und halt auch was man sich mit dem Apple-Gerät, sag ich mal, in Verbindung setzen. Weil ich hatte davor nur Android-Geräte und kein Apple-Geräte soweit. Und schön und für den Hintergrundgeräusch. Meine Mutter hört gerade Radio. Oder halt Musik. Ja. Das wollte ich mal ankündigen, dass wahrscheinlich erstmal bis Freitag oder halt so halt wie ich es in der Schule schaffe, Videos kommen. Aber ich kann's heute leider euch nicht sagen, weil ich hab grad nicht so viel Medellation, so viel mit dem Holz nicht zu machen. Weil ich halt auch ein bisschen fertig bin. Weil wir hatten heute drei Stunden aneinander da. Also fast anderthalb, drei Stunden. Ähm, Mathe? Äh, Deutsch? Ne, wirklich geil. Äh, ja. Und da werde ich ja eigentlich nicht reingehen, weil, ich denke, es interessiert euch nicht so. Und ich weiß nicht, äh, wie das jetzt so läuft oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bekomme ich mal mein iPhone, aber ich kann sagen, dass man überhaupt kein Video trainen kann. Ähm, das ist erst mal Donnerstag. Es wird ab Samstag vielleicht regulär Videos geben, regulärere Videos. Aber, Leute, ich kann's euch halt leider leider nicht versprechen, weil ich halt nächste Woche nochmal Projektbuch habe. Also, ich hab so um halb eins Schule, bin da halt wieder nett. Und halt dann noch reiden, Montagdienste, äh, ja, Montag und Donnerstag. Und deshalb muss ich halt gucken, schulig und reiblich, wie ich das hinbekomme mit dem Holzwerden. Will das jetzt halt jetzt nicht. Aber ich hoffe, dass ich das nächste Zeit ab Sonntag, äh, ab Samstag oder Sonntag oder Freitag sogar kläre, also ein bisschen mehr Videos trainen kann als jeden zweiten Tag bis zum ersten Tag. Ich muss halt gucken, ob ich jeden Tag Videos trainen kann, aber ich denke nicht. Wegen schulig und so weiter. Ihr wisst es, wer YouTube macht. Ähm, ja, dass man sonst schon ist, wenn man alleine halt YouTube macht, sag ich mal. Und, ähm, ich hab schon eine Videoidee, nur halt, ich kann das grad nicht mit meinem älteren Handy umsetzen, also mit meinem alten Handy kann ich das grad nicht umsetzen. Deshalb, äh, ja, sollte ich nicht mal das Video mit Bildern mit mir kommt. Das ist voll mal leid. Sorry. Ähm, ja, weil wir halt auch schon in den letzten Wochen gefragt haben, wann Videos wieder regelmäßig kommt. Leute, ich sag klar Schule auf und übernächste Woche hab ich wahrscheinlich acht Stunden oder so sechs Stunden. Muss gucken, bis halb drei oder so drei. Und das kommt drauf an dann, wie ich dann Schule, schulig dann soweit bin und wenn ich eine Hausform auf hab. Ich fühle mich grad, dass ich dann erstmal, ähm, nicht so viele Videos trainen kann. Aber ich hoffe, wir kriegen über den Stundenplan, dann kann ich es euch genauer sagen, wann die Videos kommen. Aber bis jetzt kommen jeden zweiten bis dritten Tag Videos so halt, wie ich es schaffe, zeitlich und schulig. Weil, Leute, Schule geht vor. Ich bin der 7. Klasse. Jetzt, ja, irgendwie. Ähm, ja, das wollte ich mal ankündigen, dass ich das erstmal bis Donnerstag oder bis Freitag oder Samstag keine Videos drehen kann, weil ich nicht das mit einem Apple-Gerät oder iPhone auseinander fahren musste. Du wirst es. Und das war ja auch bei dem Handy, naja, gut. Es ging einfacher. Ich hab dann am ersten Tag schon wieder gedreht und irgendwie, keine Ahnung, ich hoffe, dieses Video kann on werden. Und nicht, dass mein Handy irgendwie wieder spinnt. Weil, ja, dafür jede, äh, jede drei Stunden rät sich das irgendwie neu hundert und wieder keine Ahnung, was das macht. Aber, ich hoffe, dass dann Hermos mal mein Paket liefert. Also, das Handy. Bitte, please. Ich bin um mein Handy. Ja, das wollte ich schon ankündigen. Äh, sonst, ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Und ich würde einfach sagen, ich will nicht mehr lange klabern und ich würde einfach sagen, ich beendet das Video mit euch jetzt. Und ich würde einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne die Daumen runter. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Und klickt abonnieren auf abonnieren. Wenn ihr nicht mehr den Kanal abonniert habt. Und, Leute, wir haben fast die 580 Abos. Abos, denkst du noch 2 Abos und dann haben wir 580. Oh mein Gott, Leute, bis zum Community forever. Ähm, ja, ich würde dann sagen, ciao Berlin, bis zum Donnerstag, Freitag oder Samstag. Ciao. Bis zum nächsten Mal.